Was kann denn noch kommen? Ai, jetzt klingelt es. Hallo, wer ist am Telefon? Hier ist die Sandra von Money Express. Hier ist die Steffi, hallo. Baumhaus. Baumhaus, sagen sie. Und das ist leider nicht dabei. Tut mir leid. So, wir brechen das Spiel ab, spielen raus. Und was spielen wir jetzt? Ah, wir suchen einen Beruf. Hallo, wer ist am Telefon? Herzlich willkommen bei Money Express. Hier spricht die Sandra. Wer ist am Telefon? Sprechen Sie mit mir drei. Sprechen Sie mit mir zwei. Eins. Kanada. Und jetzt? Wir probieren es nochmal. Okay, meine Damen und Herren, wir öffnen nochmal für Sie sechs Leitungen in fünf, vier, drei. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra, wer ist am Telefon? Hallo? Sprechen Sie mit mir? Drei. Zwei. Eins. Okay, raus mit dem Spiel, der Augenarzt wäre es gewesen. Ich darf jetzt zuallererst, was machen wir jetzt? Ich darf meine liebe Kollegin Daniela Aschenbach begrüßen, wünschen, dass du da bist. Das freut mich sehr. Ja, mich auch. Ich gebe jetzt einfach mal, du hast ein neues Spiel dabei, ich gebe ab an dich, ich schlag ab. Genau, du machst Feierabend, wo ich verdiene. Bist du eine schöne Sendung? Dein Chauffeur ist schon da. Ach Gott sei Dank, da bin ich froh. Ich bin sehr brav und sehr pünktlich. Der kleine Bruder. Ja, genau. So, gute Sendung. Ciao Sandra. Und ich bin jetzt da für euch, nämlich die Daniela mit einem neuen Spiel mitgebracht habe ich. Hui. Für 3.000 Euro sicher, das ist ja prima unter 0137 969 6969. Das hat man heute schon mal, aber vielleicht bringt das neue Gesicht hier die Daniela jetzt auch die neuen Ideen. Und zwar Wörter mit Haus am Ende, Punkt, Punkt, Haus. Mit 3.000 Euro hat die Sandra, glaube ich, aufgehört, oder? Also ich meine, ich will nicht mit dem weitermachen, was die Sandra mir hier hinterlassen hat. Ey, ich mache 4.000 Euro für euch. Schon sie oder ihr oder euch oder sie. 0137 969 6969. Jetzt rein in die Leitung. Es geht um 4.000 Euro. Und um Wörter mit Haus am Ende. Wir hatten schon das Vogelhaus, die ich dann hatte. Das war aber wirklich nicht schwer. Wer hat jetzt eine Idee? Wir haben den Hot Button wieder und der startet in 3, 2, 1 und los geht's. Der Hot Button so. Die Leitung hinab. Und jeden Augenblick kann es hier bei mir klingeln. Und zwar genau dann. 9, 8, 7. Oh, wer ist denn jetzt in der Leitung noch? Hallo, es klingelt noch nicht. 5, 4, 3, 2. Hier ist die Daniela von Money Express. Wer ist am Telefon, bitte? Ja, der Daniel. Daniel, Mensch. Wir haben uns vorhin schon mal gehört, oder? Nein, noch nicht. Nein, ein anderer Daniel. 100 Euro haben Sie auf jeden Fall sichert. Das ist schon mal das Geschenk. Vielleicht wären noch 10.000 Euro und der Fernseher draus. Ihre Antwort, bitte? Funkhaus. Schade, Daniel. Im Telefon bleiben 100 Euro, okay? Daniel bleibt am Telefon. Kommt zu uns ins Kreuz. Und das müssen wir schnell auflösen. Ich muss hier wirklich pünktlich weg sein. Achtung, wir schauen rein. Begriff Nummer 4 wäre gewesen das Typenhaus. Begriff Nummer 3, das wäre gewesen das Kreiskrankenhaus. Da waren so viele ganz nah dran mit dem Krankenhaus. Dann haben wir hier in der 1 das Warmhaus gehabt. Und in der 5, auch da, schau mal nochmal geschwind rein, das Punkthaus. Hm. Das tut mir leid. Wir machen natürlich eine Punktlandung. Eine neue Ausgabe Money Express gibt es morgen um 0 Uhr. Das heißt, ich muss mich natürlich jetzt, wie gesagt, ganz pünktlich verabschieden. Und wer Lust hat, schaut einfach vor. Beziehungsweise am heutigen Samstag wieder rein. Gute Nacht und Bye Bye. Bis bald. Zack, wieder Angela. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.